Sie hören eine Produktion des Podcast-Imperiums. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Nerdplay, dem Cosplay-Podcast hier auf nerdizismus.de, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Ja, ich bin heute hier in einer wunderschönen Location, denn ich bin mal bei meinem Cosplay-Gast vor Ort in der Winkelgasse. Das gibt schon mal so einen kleinen Hinweis, wo ich sein könnte. Und wenn ihr uns erreichen wollt und uns schreiben wollt, dann könnt ihr uns erreichen unter der 0152-596-47709. Da könnt ihr uns Feedback hinterlassen über Telegram, WhatsApp und natürlich könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben über die Info at nerdizismus.de. Unsere ganzen Folgen könnt ihr hören auf Spotify, auf iTunes und natürlich auf unserer Seite nerdizismus.de. Den Podcast bekommt ihr auch über jeden Podcatcher, also hört mal rein. Aber jetzt soll es auch losgehen mit der Folge und ich habe hier einen wunderbaren Gast neben mir sitzen. Das ist die Jantina, herzlich Willkommen. Hallo, aber kurz vorweg, ich werde Jantina ausgesprochen haben. Jantina, oh, Entschuldige. Ja, das machen alle falsch, das ist überhaupt nicht schön. Okay, also vielen Dank Jantina, dass wir heute hier in der Winkelgasse sitzen dürfen bei dir. Es ist ein Tattoo-Studio und es ist wunderschön eingerichtet. Ich habe eher das Gefühl, ich sitze vielleicht bei den Weasleys zu Hause oder im Lehrerzimmer von Hogwarts. Da fühle ich mich direkt pudelwohl. Ja, und unsere Einsteigerfrage ist natürlich auf einer Skala von 1 bis 10. Wie hoch ist denn dein Nerdfaktor? Mein Nerdfaktor? Ich, boah, das ist eine gute Frage. Danke, das kommt, glaube ich, darauf an, in welcher Sparte man das sieht, ob man das jetzt bei Games sieht oder Comics oder Mangas oder... Ja, so ganz allgemein. Ich würde jetzt einfach mal 8 sagen. Okay. Ich weiß nicht, warum, mir kam mir direkt diese Zahlen in den Kopf. Ja, also ich sehe mich persönlich ja auch so bei 7, 8, kommt immer darauf an. Ich meine, wenn es jetzt so um Games geht, da wäre ich wahrscheinlich eher auf so einer lapidaren 2, weil ich da jetzt nicht so im Thema bin. Bei Comics wäre es auch eher so im 2- bis 4er-Bereich. Ja, aber wir sprechen ja auch heute ein bisschen über Cosplay. Wie würdest du dich da einschätzen? Boah, Cosplay, das... Ich bin eine Person, die sehr, sehr... Ja... Mir fällt gerade das Wort nicht ein, aber ich bin sehr streng mit mir selber. Deswegen würde ich mich jetzt eigentlich persönlich nicht selber als Cosplayer bezeichnen, sondern einfach jemand, der sagt, oh, ich möchte diesen Charakter so gut wie möglich darstellen. Ich finde, so Cosplayer sind auch Leute, die halt das als mega krasses Hobby haben und fast auch schon damit Geld verdienen oder halt das ausschließlich machen, weil er jetzt unglaublich viel Zeit und natürlich auch Geld frisst. Für mich ist das eher so ein Nebenbei, wofür ich nicht gerne mal Zeit hätte, habe ich aber leider nicht. Ja, ich glaube, bei dir ist das so ein bisschen ähnlich wie bei mir. Viele Projekte, die du gerne machst, viele Hobbys, viele Interessen, die irgendwie versucht werden, unter einen Hut zu kommen, die man versucht, alle irgendwie mal zu machen und die Liste wird immer länger. Ja, aber Cosplay ist da auf jeden Fall auch so ein Thema bei dir. Ja, voll. Also vor einem Jahr noch viel, viel mehr, muss ich sagen. Aber ich habe jetzt natürlich halt auch mit dem Stream angefangen, das braucht auch viel Zeit. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer, weil ich, wie gesagt, sehr streng mit mir bin, dass auch alles wirklich sehr perfekt ist. Und genau, deswegen ist das immer so, ich kann das vielleicht eh nicht perfekt hinkriegen, dann lasse ich es vielleicht direkt. Ich stehe mir halt auch oft selber damit so ein bisschen im Weg. Und ich habe so ein paar Cosplays-Auffallliste. Ich bin mittlerweile aber auch ein bisschen lockerer geworden. Also vor so zwei, drei Jahren habe ich gedacht, nee, es muss wirklich alles selber gemacht sein. Das ist nicht richtig oder nicht real. Und ich habe mir jetzt aber letztes Jahr mein erstes fertiges Cosplay gekauft. Das war halt der Morph-Suit von Diva. Ich hätte da so viel, vor allen Dingen auch Zeit reinstecken müssen für ein Morph-Suit. Ich hätte Stoffe bedrucken lassen müssen und so weiter. Und hätte das selber, also niemals hinbekommen, da bin ich ganz ehrlich. Und ich glaube, als ich mir den gekauft habe, ich habe mich dann einfach so wohl gefühlt, dass ich dachte, man kann das auch so ein bisschen lockern. Also ich bin, man muss nicht so streng sein. Hauptsache man hat auch Spaß. Ich bin immer zu perfektionistisch, immer so ein bisschen. Ich schwinge auch einmal die Tattoos ab für die meisten Cosplays, weil der Charakter ja auch keine hat. Bei ein paar finde ich es nicht so schlimm oder wenn man so auf der Gamescom unterwegs ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mein erstes richtiges Cosplay war halt Siri. Da schminke ich alles ab und ich nehme auch die Piercings raus. Aber wenn ich so jemand mache wie zum Beispiel Marceline von Adventure Time, dann lasse ich die auch drin. Das ist eine interessante Sache, weil ich glaube, das ist auch ein kontroverses Thema. Ich glaube, die einen sagen, boah, nee, du musst deine Tattoos abschminken, du musst alle Piercings rausnehmen, sonst ist der Charakter ja überhaupt nicht richtig dargestellt. Ja, und manche sagen, nee, ich lasse das dran. Oder ich schminke mich nicht zu mit, keine Ahnung, Camouflage, genau. Weil das sind halt meine Tattoos und die gehören zu mir. Ja, die machen da so ein bisschen so eine eigene Version von der Person. Aber bei manchen, also wenn ich beziehe, habe ich am meisten Zeit reingesteckt. Ich weiß nicht wie viele Stunden, aber locker über 30. Ich habe jeden einzelnen dir diesen Gürtel und ich habe jedes einzelne aus Untersetzern selber gemacht. Und dann möchte ich es natürlich auch so perfekt wie möglich haben. Aber als ich zum Beispiel das Kleid für Marceline genäht habe, das sind zwei Nähte. Dann ist mir das irgendwie nicht so wichtig und ich finde, es passt auch irgendwie zum Charakter. Es könnte auch so eine alternative Version sein. Ich bin auch Fan von alternativen Versionen bei vielen Charaktern. Aber wenn ich ja so viel Zeit und Geld reingesteckt habe, dann muss es einfach so, das muss einfach knallen. Es muss einfach so, ja, das ist so. Das ist dann so dein eigener Anspruch an das Kostüm, ne? Aber siehst du das jetzt bei anderen Cosplayern? Würdest du dann sagen, okay, die muss das aber so und so machen? Ich bin bei mir sehr streng, bei anderen gar nicht. Das Einzige, was mich persönlich stört, ist, wenn Leute sich mega viel Mühe geben mit einem Cosplay. Und dann haben die eine Perücke für 5 Euro auf. Das macht mich wahnsinnig. Ich bin ein ganz, ganz krasses Ästhetikopfer. Ich lege da sehr, sehr viel Wert drauf. Und dann frage ich mich, du hast so viel dafür gegeben. Es sieht wunderschön aus. Die Miete sind perfekt. Und dann hast du diese Perücke auf. Ah ja, ich kann das so verstehen. Ich gebe dir 40 Euro zu kaufen. Aber ich kann auch aus 5 Euro per Rücken mega viel machen. Es gibt Tipps mit Weichspüler, mit irgendwelchen Sprays und so weiter. Und das ist so für mich so, du guckst so von unten nach unten. Perfekt. Und dann so, was ist das? Ja, es zerbricht irgendwie dann so ein bisschen dieses Bild. Ja, auch Brillen, muss ich sagen. Ja, auch Brillen. Da habe ich auch auf der letzten Veranstaltung, wo ich war, da sind viele Star Trek-Fans gewesen. Und dann gibt es Leute, die tragen so eine Star Trek-Uniform. Sieht aus, als wäre die Mars geschneidert. Und das sieht super aus. Und dann hast du so eine Brille, die sieht halt nach Arzthelferin aus. Weißt du, was ich meine? Es geht so randlos oder diese komischen Metallgestelle. Und dann denke ich halt so, ja, ich weiß, du siehst wahrscheinlich nichts ohne deine Brille. Und Kontaktlinsen kann auch nicht jeder tragen. Aber es ist immer so, ich denke auf der einen Seite, ja, du musst natürlich deine Brille tragen. Aber auf der anderen Seite denke ich, ach, schade, dass irgendwie... Ja, man hat einen Anspruch, genau das ist es nämlich. Und ich muss halt auch sagen, dass Leute, die sowas machen, also wie gesagt, können sie ja machen. Das ist ja auch ein Cosplay. Ich denke mir immer noch so, schade, es hätte eine 100 sein können. Jetzt ist es nur eine 90. Also 90 Prozent Sahara. Das sind meistens auch Leute, die haben genau dieses Brillenmodell. Ja. Ich kann wissen genau, welches Brillenmodell gemeint ist. Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Und ich finde das immer... Also, ich habe ungefähr zwei Jahre lang üben müssen, um Kontaktlinsen reinzukriegen. Weil ich... Mein Arzt hat damals gesagt, ich habe Chinesen Augen. Wenn ich das unterer Augenlid runterziehe, geht mein oberes mit runter. Und manche können das so runterziehen und dann ist so... Das ist so locker. Und er meinte, ja, sie haben aber auch sehr stramme Augen. Ich so, wow, das klingt, als hätte ich die trainiert irgendwie. Du kannst besonders gut gucken. Ich habe die nicht reinbekommen. Also, meine Augenlid so. Und ich habe gedacht, ich will das, aber das muss 100 Prozent sein. Und ich kann das nicht machen. Ich bin jetzt auch kurzsichtig. Also, eigentlich bräuchte ich eine Brille zum Zocken oder zum Autofahren, je nachdem. Aber ich würde niemals ein Freund für ein Kostüm tragen. Oder wenn man sagt, man macht ein alternatives Kostüm, dass das Brillenmische auch dazu passt. Ja. Oh ja, auch gesehen. Jemand auf einer Convention im Steampunk-Look und dann mit so einer richtig schlimmen Vielmann-Brille, ja. Also, ich dachte nur so, nein, man könnte doch echt eine richtig geile Steampunk-Brille basteln. Ja, irgendwas mit LEDs oder so. Oder Zahnräder von mir aus, ne. Ja, und das war halt auch so, oh, das ist echt, ne, die kleinen Details machen es dann manchmal aus. Ja, und Haare oder also gar eine Peruken sind so, wenn das sitzt und dann sind vielleicht die Nähte aber vom Kleid nicht so. Man erkennt es trotzdem und es ist trotzdem, dass du denkst, ja. Ja, aber wenn die Peruken nicht ist, dann... Ja, also an alle da draußen, die gerne auch Cosplay machen und vielleicht nicht immer alles 100% perfekt machen. Es ist auch völlig in Ordnung, ne. Es geht jetzt hier wirklich einfach nur darum, was wir hier uns gerne anschauen. Und wenn einer das vielleicht doch nur zu 90% macht, dann ist es für ihn aber vielleicht 100%, dann ist es auch in Ordnung. Ja, ich hab ein sehr hohes ästhetisches Empfinden halt auch, dass die meisten, also für die meisten ist das halt nicht so krass. Mir fällt sowas direkt auf, weil ich halt sehr pingelig bin. Aber ich würde jetzt nie sagen, dein Kostüm ist scheiße. Genau. Also so bin ich jetzt. Ich denk nur so, ich hätte es halt nicht so gemacht und mehr denke ich mir dann halt auch nicht. Ja, genau. Also ich finde das auch völlig in Ordnung, ne. Man hat seine eigene Meinung darüber und wenn man irgendwie ein Kostüm jetzt nicht so schön findet, dann muss man das ja auch nicht so rausplärren. Ähm, das ist bestimmt schon vielen auf Neukon auch passiert, dass man irgendwie hintenrum dann gehört hat, ähm, dass irgendwie so ein Spruch kommt, äh, du bist aber zu fett für Sailor Moon oder... Oder zu dunkelhäutig, ich hab's auch schon gehört. Ja, das finde ich auch ziemlich ätzend. Ne, finde ich auch blöd. Dann soll man sich vielleicht den Teil denken, beziehungsweise mal darüber nachdenken, warum man so denkt. Vor allem, warum man dann so sauer wird. Manche werden ja richtig sauer. Ja. Die sind so richtig angegriffen durch die bloße Anwesenheit einer Figur, die vielleicht nicht deren, ja, jemals Bild entspricht. Ja, verstehe ich auch nicht. Ich meine, ich denke mir auch bei manchen Kostümen natürlich meinen Teil. Ja, das macht auch jeder. Ähm, finde ich auch völlig in Ordnung. Aber ich finde so dieses Bashing immer schlimm. Und das finde ich in der Szene richtig kacke. Wenn jetzt bei Instagram oder so jemand kommentiert, ne, unter einem Posting, wo sich jemand wirklich richtig Mühe gegeben hat, ein Kostüm zu machen. Vielleicht ein Anfänger oder weiß ich nicht, ne. Du hast vielleicht mal eine neue Technik ausprobiert. Du bist da vielleicht noch nicht so versiert drin. Hast aber was Tolles daraus gezaubert. Und dann schreibt dir jemand da drunter, äh, nee, das ist aber noch nicht richtig. Das ist doch blöd. Und, äh, eine, äh, ja, Freundin von mir, die hatte, hat auch ganz oft das mit Bodyshaming. Die ist halt, ähm, ja, dünn halt. Mhm. Einfach. Und sie hat ein Cosplay gemacht von einer Figur, die eigentlich ein bisschen mobsiger wäre. Mhm. Ja, und dann hieß es auch, du bist zu dünn dafür, der ist viel dicker. Mhm. Und sie hat schon eine Version gemacht, das ist eigentlich ein männlicher Charakter gewesen. Sie hat daraus eine weibliche gemacht. Mhm. So was finde ich auch mega cool. Ja. Ähm, und musste sich dann sowas durchlesen. Ich verstehe das nicht so ganz. Ich denke mir halt jedes Mal, wenn du etwas Nettes zu sagen hast, dann halt einfach die Klappe. Mhm. Ja. Also, wenn, wenn es einem nicht gefällt, muss man auch nichts dazu sagen. Man muss nicht bei seiner Meinung preisträgen. Genau. So was kann man auf Twitter machen. Aber dann kann man halt auch solche Leute stumm schalten. Mhm. Weil solche Leute mag niemand. Ja, richtig. Das macht nur fett und hässlich. Und, und, keine Ahnung. Da kriegt man Pickel von. Okay, dann mag ich. Ja, aber für Komplimente. Äh, ist, glaube ich, jeder offen. Und ich finde das immer super, wenn sich, äh, die Cosplay-Community auch untereinander so, äh, Hilfe, ähm, gibt. Oder Hilfestellung, ähm, ja, bereitstellt für Anfänger. Und da gibt es ja auch jede Menge Bücher und Tutorials. Und viele sind ja auch offen und, äh, beantworten Fragen. Und, ähm, ja, man muss auch nicht immer über die Cosplay-Community schimpfen, was ich ja schon ab und zu mal mache. Aber es gibt natürlich auch sehr viele positive Dinge. Ja, es gibt halt in jeder Szene gibt es halt auch diese Extremleute. Mhm. Und, ähm, ähm, auch sehr starke Klischee ist halt. Ja. Aber es ist halt in jeder Szene so. Ja. Ja. Aber wie du gerade gesagt hast, äh, gesagt hast, ähm, ziemlich interessant finde ich auch so Gender-Äh, äh, Getausche. Ne, also wenn man aus einem, ähm, männlichen Charakter, einen weiblichen Charakter macht und auch andersrum, das finde ich immer total interessant, weil, ja, das ist halt auch Cosplay, ne? Man kann seiner Kreativität irgendwie freien Lauf lassen und ich finde, wenn man so ein bisschen was auch verändert oder ein Cosplay auch mal abändert, so nach dem eigenen Geschmack, finde ich das auch ganz nice. Ich hatte zum Beispiel letztens, äh, ein Spider-Gwen-Suit an, aber ich hatte keinen Bock, die Perücke zu stylen. Auch keine Zeit. Spider-Gwen ist, äh, blum. Ja, sie ist blond und, äh, ich bin ja rothaarig und dann war das halt eine Mischung aus Gwen Stacy und Mary Jane Watson. Ja, genau. Impression aus beiden. Genau, und, äh, so habe ich mich dann genannt, ne, Gwen Watson und, ähm, ja, solche, solche Dinge finde ich aber ziemlich cool, weil das auch einfach lustig ist und das macht Spaß. Ich, ähm, finde sowas auch für mich, für mein ästhetisches Empfinden schon wieder, finde ich auch eher besser, als wenn man so, das nur so halbherzig macht. Mhm. Und als ich mache. Und als zum Beispiel das erste Mal diesen Diva, äh, Morph-Suit anhatte, hatte ich natürlich keine Perücke auf, aber ich dachte, meine Haarfarbe sieht auch sehr geil dazu aus. Ähm, aber natürlich, wenn ich weit unterwegs bin, dann setze ich die schon auf. Ja. Ja. Was war die letzte Convention, auf der du warst? Äh, das war die German Comic Con. Ah, ja. Wahrscheinlich wirklich diesmal zum letzten Mal. Ja, ich, äh... Das habe ich ja vor zwei Jahren schon gesagt und, ähm, vor zwei Jahren war ich dann nochmal meine Schwester da quasi. Die, ähm, ist auch schon in die nerdige Richtung. Wir haben vorher sehr viel gezockt. Mhm. Und, ähm, die hat sowas noch nie gesehen und ich dachte, komm, das ist ein Dortmund, der Eintritt ist jetzt nicht so teuer, wie jetzt zum Beispiel bei der Magic Con. Mhm. Ähm, aber die Magic Con, das ist halt auch gerechtfertigt. Die ganzen Workshops und Pendants in das Hotel, das ist ja natürlich einfach perfekt. Aber, ähm, für meine Schwester war es halt okay, um mal so ein bisschen so einen Einstieg da reinzukriegen. Ich dachte, komm, gehen wir nochmal hin. Und darauf, dass ja dann jetzt, war ich dann nochmal, weil gesagt wurde, die im Frühjahr ist ja auch nochmal eine, im März oder, ich weiß es nicht. Meinst du jetzt die Comic Con? Ja, im Mai. Im Mai, okay. Also jetzt, ja, also quasi im ersten Halbjahr ist halt dann die nochmal. Und dann wurde mir gesagt, letztes Jahr war die mega geil und total gut organisiert. Und ich dachte so, wow, vielleicht hat sich der Veranstalter geändert oder hat die Unterstützung oder hat mal auf die Fans gehört. Und dann war ich dann doch nochmal im Zimmer und hab gedacht so, oh, nee, 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 nee. Ja, also auf der Comic Con war ich auch. Allerdings bin ich nicht über die Con selber gegangen, weil wir hatten unsere Streamingbox und haben da gestreamt und Interviews geführt und so weiter. Und ich konnte mir das Ganze dann aber so von oben ein bisschen angucken. Und es war halt wirklich krass. Also es war viel zu voll und ja, da war auf jeden Fall einiges zu verbessern. Und ich hoffe, dass sich der Veranstalter da auch, ähm, ja, dass sich mal zu Herzen genommen hat. Und, ähm, ja. Ich finde das für die Leute schlimm, die so viel Geld für die Fotos haben. Ja, und dann halt fünf Stunden da stehen. Und dann wird doch gesagt, ja, du kannst dir jetzt noch so ein Ticket kaufen, aber vielleicht kommst du auch nicht mehr dran und das Geld kriegst du auch nicht wieder. Ja. Oder, nee, ich hab keine Ahnung, wo du jetzt hin musst. Ja, also das war schon leider sehr, sehr schade für viele, ne, die da auch wirklich viel Geld ausgegeben haben. Ja, voll. Ähm, ich bin jetzt nicht so der übelste Foto- und Autogrammjäger. Mhm. Ich geh auf die Messe einfach, weil ich dann mich verkleiden kann. Ja. Na, ich sag halt auch dazu verkleiden. Manchmal geh ich auch einfach als irgendwas gehört, was ich lebe, halt alle gehörten Wesen. Und, ähm, dann ist das kein bestimmter Charakter. Nee, es ist einfach Fantasie und, äh, Kreativität und, genau. Halloween ist leider nur einmal im Jahr. Dafür kann man solche Cons nutzen, um sich noch öfter zu verkleiden. Ähm, und dann nutze ich das halt dafür, um halt ein bisschen einkaufen zu gehen. Aber, ähm, für die Panels jetzt zumindest auf der Con, also auf der Jame Comic Con oder für Fotos, Autogramme. Nee. Mhm. Ja. Ich, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob ich mich überhaupt für irgendjemand anstellen würde. Ich glaub, ich hab mich einmal, was heißt angestellt, ich war auf der Mac letztes Jahr in Erfurt, ich fand die super. Und hab dann von Weitem gesehen, oh, da vorne ist Ani Sadak und ich find die ja mega witzig. Und hab dann gesehen, dass sie da einen Stand hat mit Autogramm und sie stand da halt so vor, ich stand eine Person. Mhm. Die hat das so hinter so einem Stand gemacht, das heißt, die hat eigentlich keiner gesehen und ich bin hinten rum, weil mir da gar zu voll war. Und ich so, boah, was war's, du gehst jetzt einfach rein, du kommst halt direkt dran, machst ein Foto mit der. Und dann, äh, mega witzig, hatte ich, ich hatte Nagelsdicker in meiner Tasche, die hatte ich gefunden, da waren Enten drauf. Und sie hat's ja einfach Ani Sadak oder Ani, die Ente. Ja. Und ich so, hier, ich hab was für dich. Und sie so, Alter, echt jetzt, wie geil sind die bitte? Ich so, nee, wie war das einfach, das war einfach so ein Flow. Na, ich bin das nicht der übrste Fan und schreie oder heule, aber, ähm, das war schon sehr witzig. Ich, für sie hab ich mich quasi angestellt, zehn Sekunden. Aber sonst hab ich mich jetzt für noch nie jemanden angestellt. Ja, ich find das faszinierend, ich bin ja auch nicht so der, ähm, Foto- und Autogrammjäger. Also, wenn ich jemanden treffen kann, dann freu ich mich natürlich. Ähm, aber ich hatte zum Beispiel das eine Erlebnis auf der, äh, Comic-Con, da, ähm, war ein Mädchen, ich weiß nicht, wie alt die war, lass die 13, 13, 14 gewesen sein. Und die war gerade bei, ähm, hier, unserem Draco Malfoy drin. Ja, und kam da raus und die war völlig fertig, die hat sich übergeben und die war, die war richtig fertig, ne. Und, ähm, da muss ich sagen, das ist mir auch noch nie passiert, dass mir irgendwie, weiß ich nicht, auf einem Konzert oder sonst wo. Dass sie auch so ummächtig werden. Ja, ich find das echt krass, so dieses, ähm, Fan-Sein, ja, ich bin Fan von, von vielen Dingen, von Musikern, von Schauspielern und von Fandoms, ähm, aber es würde, glaub ich, nie passieren, dass ich da stehe und, äh, schluchze und, ähm, völlig wahnsinnig werde, ja. Es kann sein, dass ich ein bisschen aufgeregt bin, wenn ich jemanden treffe. Ja, das stimmt. Also, ich glaub, also, ich hab mal überlegt. In Tränen ausbrechen werde ich, glaub ich, nicht. Ich hab mal überlegt, bei wem das so bei mir wäre, dass ich dann sehr, also, unsicher wäre und ich wüsste, wie ich mich das verhalten soll. Ähm, ich glaube, das wäre tatsächlich, also, was mir bis jetzt so spontan einfällt, wäre das halt bei Robert Dorni Jr. Ja. Letztes Jahr war ja die CCXP und, ähm, ich bin da halt, also, wir waren noch jeden Tag vor klein, wir hatten halt einen Stand da mit der Winkelgasse und, ähm, da waren auch die Avengers live, heißen die, glaub ich. Ja, ja, die kenn ich auch. Und, ähm, genau, der, ähm, der Typ, der halt den Robert Dorni Jr. verkörpert hat, sah auch sehr stark nach außen aus. Der sieht sehr nach dem aus, ja. Der Rüstung war einfach, oh, irgendwann mal, wenn ich ein Lotto gewinne, das ist, was ich mache, ich kaufe mir eine Ironman-Rüstung, ähm, mit, der Helm konnte sich bewegen und so. Ja, ja, ich hab den auch gesehen. Und ich so, nee, ich geh da jetzt nicht hin, mach jetzt kein Voto, es braucht so viel Aufmerksamkeit. Also, das ist immer witzig, weil die Leute denken immer, komm, die ist tätowiert und die ist auf Instagram unterwegs und hier und da, aber das ist nur dann zu, die gucken ja. Und, ähm, und ich geh da hin und, äh, mein Freund schimpft sich das und ich so, mach jetzt mit dir ein Foto, ne, du bereust das. Und ich steh da so und bin so voll das kleine Mädchen auf einmal und dachte so, oh mein Gott, und das ist nicht mal eine Echte. Ja. Und ich war schon so, die Rüstung ist so geil, oh mein Gott. Und dann nimmt er einen so ran, so weiß ich, da komm doch mal näher, hier machen jetzt so Rote und dann ist es so, oh Gott. Ja, also ich müsste jetzt auch überlegen, bei wem würde ich so ein bisschen nervös werden. Also bei, ähm, ich bin ja ein totaler Tom Hiddleston-Fan. Ja, okay. Und wenn ich den treffen würde, wäre ich auch so, hm, hi. Ich glaube, aus dem Harry Potter-Universum wäre das tatsächlich niemand. Nee, weil die mir zu nah sind irgendwie noch, so. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, das ist so, ich habe auch schon welche getroffen, also Oliver Woods. Ja, ich habe gesehen, habe ich die auch schon. Und ich habe auch schon mit denen gesprochen, aber. Boah, cool, die sind hier, guck mal, wie freundlich die sind. Ja. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich denke, irgendwie, boah, krass, ich habe jetzt Herzkaufen. Ich war, ähm, letztes oder vorletzte Zeit, ich weiß gar nicht mehr, auf der MagicCon. Und da war der, wie heißt der, Mick Tavish, der auch bei Outlander mitgespielt hat. Der hat auch bei Lucifer mitgespielt in der letzten Staffel. Ja, ich weiß, ja. Und der stand auf einmal neben mir, hat getanzt. Und ich so, geil. Okay, verhalte dich ganz nett. Das war so, ich war, ich war halt überfordert, weil er auf einmal neben mir stand, so. Das ist halt auch einfach nur Mensch. Ja. Und wenn ich auch Leute treffe, die ich durch Instagram kenne und so, für mich sind das halt alles nur Menschen. Ich habe da jetzt nicht so diesen mega krassen Fan-Faktor. Ja. Ich habe auch schon mal eine von meiner Lieblingsband getroffen. Ist so, boah, ich liebe deine Musik, finde ich voll cool. Und die war ein bisschen traurig darüber, dass ich nicht rumgeschrien habe. Sie meinte, oh schade, ich habe gehofft, du flippst jetzt voll aus, dass du nicht bist. So bin ich nicht. Und ich habe auch schon ein paar andere gesehen, weil ich habe irgendwie immer, ich habe irgendwie immer gute Kontakte, ich weiß auch nicht. Und, weiß ich nicht, für mich sind das halt nur Menschen. Ich habe einmal so getroffen, weil mein Ex-Freund ein totaler Fan von ihm war. Und mein Ex-Freund ging zu ihm hin und meinte so, kann ich ein Foto machen? Und für so so, ja klar. Und ich mache ein Foto von dem und gehe halt so weg, weil es ist natürlich Geschmackssache. Ich meinte, das ist ja auch nicht so. Und ich habe mich überfordert und dachte eigentlich, ich will ein Foto machen. Aber ich habe nur das Foto gemacht und bin dann wieder gegangen. Ah, okay. Ja, aber wo du jetzt Bands ansprichst, würde ich sagen, wo ich schon ein bisschen ausflippen würde, wäre tatsächlich, wenn ich Hayley Williams treffen würde. Ja, Bands, ich glaube, wo ich auch sehr unsicher bin. Oder Christina Scabia von Lacuna Coyne. Ja, das wäre auch geil. Wenn der Rammstein-Sänger vor mir steht, würde ich auf einmal nur noch einen Meter groß sein und würde da stehen und unterstützen wahrscheinlich. Aber ich würde jetzt nicht in Ohnmacht fallen oder mich übergeben. Ja, genau. Also sowas wird jetzt nicht passieren, aber der schüchtert einen schon sehr ein. Ein bisschen, einfach von seiner Art, ja. Und dann denkst du so, ich bin so klein. Ich sehe Rammstein im Sommer. Nein. Ja. Du musst nur noch ein Ticket zu kriegen. Ich habe auch nur eins bekommen. Ich wollte eigentlich zwei haben, aber Chris hört jetzt sowieso nicht so doll Rammstein. Und dann dachte ich, okay, dann kaufst du halt nur eins und dann gehst du allein. Ja, letztes Jahr waren wir im Innenraum und normalerweise bin ich jemand, der auf Konzerten sehr eskaliert, dass es mir am nächsten Tag alles wehtut. Und das geht gar nicht bei Rammstein, weil das ist wie ein Filmschau. Man schiebt halt quasi voll die Szene, weil du die ganze Zeit denkst, er hat auch für rumzupoken. Ja, ich, ja. Und das wäre so die einzige, wo ich auch sagen würde, okay, da wäre ein Sitzplatz auch okay. Und ich versuche halt zwei Tickets zu kriegen für mich und mein Freund seit Monaten. Und ich habe den Fernseher aktiviert und ich kriege immer um 4.44 Uhr wieder irgendwelche Sachen, die reinkommen, die sind instant weg. Ich ist mir scheiße, ob das in Hamburg ist oder in Berlin. Ich fahre überall hin. Ja. Aber das ist so schwierig, da dran zu kommen. Ich habe die Hoffnung, dass je näher das rückt, dass man halt noch welche kriegt. Und wir müssen auch nicht zusammensitzen. Das ist scheiße. Ja. Also da draußen, falls jemand von euch zwei Tickets übrig hat, dann sagt Bescheid. Ich vermittle die gerne weiter. Ich freue mich auch sehr auf das Konzert, weil ich habe die noch nie live gesehen. Aber ich habe mir seit meiner Jugend gesagt, ich will die irgendwann mal live sehen. Und dann sind die ja jahrelang nicht getourt und ich dachte, boah, ich sehe die bestimmt nie. Und dann gab es Karten und ich so, ich kaufe mir die jetzt. Ja, letztes Jahr war ich auch ungefähr so eine Dreiviertelstunde in der Warteschleife. Und dann habe ich zwei Tickets gekauft und meine Frau schon so, gibt das auf, komm, brauchst mir auch keine holen. Und ich so, kann ich das vergessen, Junge. Und habe dann, zwei Minuten später habe ich zwei Tickets gekauft, habe für beide 208 Euro oder so bezahlt. Aber es ist wirklich ein Erlebnis. Ja. Und ich will die auch nicht auf Festivals sehen. Ich will diese Bühnenshow und ich will, dass er da mit Flammenwerfer sich hantiert und alles geht in Flammen auf und dann rennen die von den Leuten weg, die eigentlich retten sollen. Und das ist einfach perfekt. Es ist ein Erlebnis. Ja. Also ich werde sie wahrscheinlich auch, ich sitze irgendwo im Oberrang, keine Ahnung. Die sind wahrscheinlich so klein wie Ameisen. Egal. Ich glaube, die Stimmung wird mega. Ich habe so eine schöne Lupenbrille. Ja. Ich habe ein Fernglas, das werde ich wahrscheinlich wirklich mitnehmen, als ich da so mit meinem Fernglas und gucke. Oh, das ist halt allen scheißegal. Ja. Und alle denken, wieso habe ich keines mitgebracht? Genau. Wie so ein Opernglas. Ja. Wie in der Oper. Ja. Aber jetzt mal Konzerte beiseite. Was für Veranstaltungen hast du dieses Jahr sonst noch geplant? Eigentlich war die TwitchCon geplant. TwitchCon? Ja. Okay. Wurde abgesagt. Wegen Corona? Ja, natürlich. Alles wird abgesagt. Ja, ich habe auch ein bisschen Angst, dass die ganzen Konzerte, wo ich hin will, abgesagt werden. Oder Festivals. Aber es wurden einige Festivals schon abgesagt. Ja, aber das Festival, wo ich hingehe, ist erst Ende Juli. Ich hoffe schon. Ja. Ja, die haben Sachen vorher abgesagt. Ach, furchtbar. Ich habe mal Anfang März. Ich wollte, ich war noch nie auf der Dokomi. Ich habe es nie geschafft. Es war immer etwas anderes. Ich auch noch nicht, tatsächlich. Und ich wollte dieses Jahr das erste Mal hin. Ich weiß noch nicht, was ich anziehe. Ich bin halt immer so zwei Wochen vorher. Ich brauche ein neues Outfit. So, das ist ja nicht schon wieder. Das ist jedes Mal so. Und ich hoffe, das findet statt. Ist auch im Mai. Ansonsten, ich würde mich freuen, wenn wir nochmal von der CCXP eingeladen werden würden, aber bis jetzt haben wir noch keinen Kontakt irgendwie. Ja, es ist auch noch ein bisschen hin. Das ist auch schwierig, ja genau. Das war, glaube ich, im August, meine ich. Ja, boah, ich habe die Termine alle gar nicht auf dem Schirm, aber ich weiß, dass ich da bin. Ich habe es irgendwann keine, aber genau, also der Stand war schon sehr schön. Die Atmosphäre war toll und es war die erste, wenn die wirklich da so ein bisschen auf die Kritik achten, dann glaube ich, dass das was richtig Gutes werden kann. Ich fand es sehr schade, dass so viele gehatet haben mit Hashtag NotMyRPC, weil die Con hat nichts damit zu tun, dass es nicht funktioniert hat. Die haben versucht, die aufzufangen und zu retten und der alte Veranstalter, das ist nur das, was ich jetzt so weiß, was ich so gehört habe, hat sich nicht wirklich darum gekümmert und ich finde es schade, dass die das so auf diese neue Messe abwälzen und das direkt boykottieren, das finde ich sehr schade. Ich habe die RPC sehr geliebt, auf jeden Fall, aber dafür kann der andere Veranstalter ja nichts. Dann Gamescom, hoffe ich auch, dass es nicht abgesagt wird. Ist zwar erst mal bewusst, aber es werden auch Filme verschoben, deswegen. Ja, 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 James Bond und so. Ja, genau, erst im November, glaube ich. Ja, krass. Was noch, die Mac in Erfurt fand ich gut, die würde ich gern nochmal, und mir fällt gerade an, die letzte Messe, auf der ich war, war gar nicht die German Comic Con, das war die Epic Con, auf der ich war. Ah, okay, auf der war ich auch leider noch nie, irgendwie habe ich es noch nie geschafft. Ja, das ist auch eine sehr kleine, schnucklige Messe. Also, wenn man sagt, man will vielleicht auch mal sowas wie, ich möchte ein Cosplay eintragen, ich möchte mich ein bisschen mit Freunden treffen und da was essen, ist es okay. Man isst aber quasi, wenn man wirklich nur auf Stände aus, ist es mal dann anderthalb Stunden durch. Es gibt sehr viele Künstler, das finde ich mega cool. Ich liebe sowas. Die ist einfach perfekt auch für Einsteiger oder für Leute, die vielleicht dann doch Angst haben, wenn es zu viele Leute sind. Es gibt sehr viele Leute, die sagen, ich würde auf die Gemscon kommen, aber es sind mir zu viele Menschen. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Dafür ist sowas halt natürlich perfekt geeignet, vielleicht auch, um sich an sowas mal zu gewöhnen, finde ich. Also, die nehme ich immer mit, da war ich auch von der ersten an dabei. Die erste war, glaube ich, in Frankfurt. Das war jetzt, glaube ich, die drunter. Okay. Genau, die kann ich auch empfehlen. Ja, ansonsten dieses Jahr. Weiß ich gerade gar nicht. Also, ja, Mac. Du kommst mir sehr gerne, Gamescom. Ich wollte auch eigentlich noch auf die Dreamhack, das war mir dann noch zu spontan, irgendwie. Also, sowas. Die hat auch irgendwas mit Games zu tun? Die Dreamhack-Kanalag ist auch eine Lahnparty. Ich habe eigentlich alles in meinem Kalender stehen, aber ich würde da jetzt natürlich jetzt nicht jede Woche umblättern. Aber eigentlich versuche ich immer, alles soweit mitzunehmen, weil man halt einen Grund hat, was Neues zu machen. Und wenn du sagst, dass du einen Stand auf der CCXP zum Beispiel hast, dann stehst du da mit der Winkelgasse, richtig? Genau, ja. Wir tätowieren dann auch davor. Ja, okay. Haben wir letztes Jahr auch gemacht. Genau. Dann haben wir auch am großen dunklen Pavillon und haben das halt auch alles so dekoriert wie hier, dass man halt auch direkt sieht, dass es natürlich die Winkelgasse ist. Und dann haben wir uns so ein bisschen abgewechselt, weil die Stände sind halt schweineteuer. Und dass wir halt alle so ungefähr bei Null rauskommen, aber trotzdem noch Zeit, einfach mal eine Runde zu gehen. Ja. Weil wir sind halt auch so gerne auf Messen und wir sind da jetzt nicht nur zum Arbeiten, sondern auch, um irgendwie mal Leute zu sehen, die man sonst nicht sieht, weil die dann doch in Aachen wohnen oder in Hamburg. Die kommen dann natürlich dahin und dann ist das immer sehr schön. Ja. Und ja, jetzt nochmal, um auf die Winkelgasse zurückzukommen. Wie kam es denn dazu? Also, du bist ja nicht alleine hier, sondern mit mehreren anderen zusammen. Habt ihr euch da überlegt, okay, wir machen das jetzt im Harry Potter Style, weil? Nee, eigentlich gar nicht. Ich habe vorher halt in einem, ja, ich würde sagen, typischen Tattoo-Studio gearbeitet, war dann nicht so glücklich mit den Leuten und habe mich da immer so ein bisschen fehl am Platz gefühlt, weil ich habe halt auch so Walk-Ins gemacht, die themenbezogen waren, habe ich mich auch verkleidet und dann war das immer so, ach ja, die Kleine wieder. Und da habe ich gedacht, nee, eigentlich, ich kann das nicht mehr so. Die Leute, ich, also ich würde mal behaupten, die meisten, die das wahrscheinlich hören, stimmen mir dazu, aber man kann eigentlich schon sehr gut verallgemein, dass man die meisten Menschen nicht mag. Wir sind hier leicht misantropisch heute unterwegs. Ja, das geht, also und ich fühle mich halt am meisten wohl, es ist halt sehr stark verallgemeinert, aber am meisten fühle ich mich halt unter Leuten wohl, die in der 9 oder 10 auch unterwegs sind, weil ich bin, ich kann auch kein Smalltalk. Ja. Und wenn jemand dann schon reinkommt, hat schon ein Witcher-Fanshirt an. Ja, das ist halt schon geil, dann weißt du schon direkt, ich kann mit dem darüber reden. Ja, dann weißt du, ich kann mit dem darüber reden. Ja, mega. Und auch, also ich mag die Leute halt, viele haben halt, sind sehr schüchtern und ich finde das krass, dass wenn man dann auf einer Wellenlänge ist, weil irgendwas weiß ich immer über eben was, weil ich ja auch natürlich sehr viele Kunden habe und sehr viel auch selber zocke und lese, dann weiß man, es wird einfach nur schön und man tauscht sich aus und dann ist das einfach viel angenehmer, als wenn du eine fremde Person vor dir sitzen hast, die zum Beispiel, es gibt ja mega viele Themen, gar keine Hobbys. Ja. Und dann sitzt man da. Das finde ich auch ganz schwierig, ne? Über was redet man denn dann in der Zeit? Okay, ja. Hast du das über den Coronavirus? Äh. Das Wetter heute ist nicht so gut, ne? Ja, ja. Das, boah ne, das ist mir unangenehm. Da krieg ich schon schwitze Hände, wenn ich jetzt das nur so... Ich kann das total verstehen, vor allem weil gerade das Tätowieren ist eine sehr intime Sache, man arbeitet direkt am Menschen, das ist etwas, was für immer bleibt, das soll Spaß machen, das soll eine tolle Erinnerung sein für den Künstler, wie auch für den, der tätowiert wird, also so ist das in meinen Augen. Und ja, wenn man da auch irgendwie auf der gleichen Wellenlänge ist mit demjenigen, dann ist das einfach schöner. Ja, es geht halt, also für den Kunden auch viel schneller um. Ja. Und das nimmt dann halt natürlich auch die Angst. Also erstmal habe ich das hier unten in der Winkelgasse, also das ist in der Zweitage, unten habe ich das so ein bisschen wohnlicher eingerichtet, halt wie als würde man halt in den Laden kommen in der Winkelgasse. Weil das beruhigt halt auch erstmal, man kommt rein und kriegt dann erstmal einen Tee oder einen Kaffee am Boden und dann hängt man seine Jacke auf. Und dann wäre auch eine einverständige Erklärung, es muss auch ausgefüllt werden, aber dass man erstmal ein bisschen runterkommt und nicht direkt in den weißen Raum, wo laut die Tattoo-Maschinen quirlen und alles ist weiß und steril und so. Ja, ich mag halt auch alles, was so cool ist. Also der Laden vereint mich halt komplett, ich bin sehr esoterisch angehaucht, das sieht man halt hier unten und oben ist halt komplett nerdig. Ich habe halt, also es gibt nichts, was irgendwie überwiegt, ich habe halt beide Seiten und ich würde mich jetzt auch für keinen entscheiden und das spiegelt so die Winkelgasse halt komplett irgendwie wieder. Genau und ich kam da halt drauf, weil ich, ja also im alten Laden war das halt, dass ich da eine Kundin hatte und die war sehr grob zu mir und dann habe ich auch irgendwann gesagt, du, du willst was von mir und ich verstehe nicht, warum du mich gerade wie dein Handlanger so behandelst und irgendwie schmeißt mir das Geld zu und nun geht. Was? Und ich so, boah. Also wirklich, wortwörtlich so? Ja. Ach Gott. Ich kriege mir das Geld zu hin und geht einfach. Okay. Und ich denke mir so, okay, das hat sich jetzt gar nicht komisch angezeigt oder so. Und dann habe ich gemerkt, boah, die Tatto-Szene ist einfach nichts für mich. Und ich habe gedacht so, okay, vielleicht machst du was Eigenes. Ich kam aber auch nie auf die Idee zu sagen, ich will ein anderes Studio, weil es läuft leider in, also in vielen Studios, nicht in allen natürlich, läuft es meistens gleich ab, mit wie man behandelt wird. Und ich habe gedacht, ja eigentlich willst du einfach nur deine Ruhe. Und eigentlich willst du auch nur Leute tätowieren, wo du sagst, boah cool, dann kann ich was lernen oder man kann sich austauschen. Aber eigentlich wollte ich eigentlich nur meine Ruhe. Und dann habe ich gesagt, okay, was mache ich jetzt? Und ich habe bis vor drei Jahren hier vorne links in der Straße reingewohnt und wir sind hier immer vorbeigelaufen. Und das Ladenlokal stand halt leer und ich so, das ist aber süß. Und mein Freund meinte immer so, ja, irgendwann machst du dann einen Laden auf, dann wird das der hier. Und ich so, ja, ja, cool. Und da stand halt immer so ein Zettel zu vermieten, hier die Nummer. Und irgendwann laufe ich hier vorbein, ist der Zettel weg. Und ich so, und das ist scheiße. Oh nein. So, wenn die Option immer da war, warst du immer so, ja, ganz gut. Ja, krass. Und dann, oh nein. Und dann ist der Zettel weg. Und ich so, ich brauche das. Wer ist das? Und dann bin ich hier rumgelaufen. Ich war bei der Pizzeria. Hier vorne ist der Hexenkessel, der im Biss. Und ich bin da rein und ich so, wie ist der Vermieter hier? Wie haben Sie hier eine Nummer für mich? Und dann meinte sie so, nein, ich habe keine, aber hier vorne ist noch eine Zeitarbeitsführer. Und die hat mir dann gesagt, ja, der Zettel ist weg, weil der Vermieter ändert sich gerade und die Nummer stimmt da nicht mehr. Aha. Ja, aber es ist doch cool, dass dir genau dann dadurch klar wurde, dass du es eigentlich machen willst. Ja, das war so mehrere Sachen. Es lief halt im alten Laden mit so ein paar Kunden, habe ich gemerkt, ich kann das nicht machen. Ich bin hier nur Dienstleister und ich werde quasi wie eine Hure behandelt. Entschuldigung, aber immer wird das Geld so hingeschmissen. Und man wird überhaupt nicht, man ist nicht dankbar. Ja, und auch der Respekt fehlt irgendwo. Es kommen Kunden rein, die sagen, ja, ich habe hier das und das und kannst du das nachstechen? Ich so, wer hat das denn gemacht? Weiß ich nicht mehr. Die haben sich gerade im Laden bei uns tätowieren lassen. Immerhin gab es sechs Tätowierer. Ja. Die wussten nicht mehr. In dem Laden? Ja, ja. Ach. Und ich so, war das denn ein Mann oder eine Frau? Weiß ich nicht mehr. Und ich so, du hast dich hier tätowieren lassen über zwei, drei Stunden und du weißt nicht mehr, wer dich tätowiert hat. Ich konnte das nicht fassen. Ja. Und es waren halt so mehrere Faktoren. Es war so das, dann wurde mir das Geld da auf die Liga geschmissen, so von mir hier. Hast du deinen Scheiß? Und dann war der Zettel weg und ich habe gedacht so, nee, du rufst den jetzt an. Und dann habe ich da angerufen, mein Vermieter. Und ich so, was haben sie denn vor? Und ich schon so, wenn ich jetzt sage, ich will ein Tattoo-Studio machen. Die meisten Leute haben halt noch Vorurteile und denken dann, hier ist so eine Rocker-Banne drin und wir zerstören Linge und so. Und er rufe ich dann und sage so, ja, ich würde gerne halt ein Tattoo-Studio machen. Und bevor ich es überhaupt ausgesprochen hatte oder den Satz beenden konnte, hat er gesagt, ja, finde ich gut. Die meisten wollen immer einen Handyladen machen oder eine Bäckerei. Geil. Und ich so, kann ich mir das mal angucken? Ich bin jetzt aber erst mal zwei Wochen im Urlaub und dann wusste ich halt zwei Wochen erst mal nicht. Und ich dachte schon so, oh, kribbeln in den Händen und wann funktioniert das jetzt? Und dann habe ich mich mit denen getroffen, wie die durch und habe schon vorher gedacht, also ich habe so ganz oft Tagträume und habe gedacht so, oh, dann könnte man das so einrichten. Man kann ja hier reingucken. Und dachte so, aber wo hier mit meinem ganzen Nerd-Kram? Und dann sagt er mir, es gibt eine zweite Etage. Geil. Und ich so, boah. Perfekt. Mega. Genau. Und dann war ich hier erst alleine. Also ich habe das gesagt, das ist mein Laden. Ja. Und die anderen drei Tätowierer, die halt hier sind, die sind halt selbstständig. Die zahlen halt eine Platzmiete. Und so können sie machen quasi, was sie wollen. Ja. Was auch unüblich ist, die meisten Tattoo-Studios haben halt prozentual von den einzelnen Tattoos, dass man bezahlen muss. Das ist eigentlich so dieses Übliche. Und ich wollte das aber nicht, weil ich das irgendwie meistens ist eine Abzocke. Mhm. Und ich weiß nicht, irgendwie so, man weiß, woran man ist. Man hat so diese feste Miete. Ja, genau. Du kannst dann im Urlaub, gut, dann ist natürlich auch klar, dass du halt, ne, das trotzdem zahlen musst. Ich habe mein sicheres Einkommen. Also in dem Fall, dass halt auch so Sachen, also was halt. Der Laden muss ja auch bezahlt werden, ne. Also, Miete und so weiter. Das ist nicht gerade, also ich muss sagen, das ist nicht gerade günstig. Das glaube ich dir. Aber es ist einfach perfekt. Ja. Und, ähm, ja, was halt jeder, woran er ist. Und man hat nicht so dieses Gefühl von, also habe ich bei den Leuten, die hier sind, eh nicht. Weil das sind halt meine Freunde. Ja. Aber ich hatte im Alltag ganz oft das Gefühl, dass einem so ein bisschen misstraut wird, ob das wirklich auch alles so stimmt. Mhm. Was ich sehr schade fand, weil ich habe da sehr, sehr lange gearbeitet. Ja. Aber ich habe immer das Gefühl, dass so im Tattoo-Business ist immer so ein bisschen Misstrauen, Missgunst, Neid. Man gönnt den Leuten den Erfolg nicht und auch, weiß ich nicht, wenn man was Gutes gemacht hat. Ja, genau. Und jetzt, ähm, Lisa und Pietz sind halt dazugekommen und man, also nach der Arbeit sitzt man dann manchmal noch hier. Und dann so, ja, ich gehe gleich, ne. Und dann steht man schon so und dann ist man trotzdem noch zwei Stunden hier, weil man sich halt so verquatscht hat. Und man hilft sich untereinander und unterstützt sich. Man macht auch so privat was miteinander. Und ich fühle mich nicht ansatzweise irgendwie als Chefin oder Boss oder was auch immer man sagen will. Wir sind halt ein Team. Ja. Und wir passen halt perfekt zusammen und greifen einander. Und jeder hat so seine Vorlieben, was so Stilrichtung angeht. Und wir sind jetzt auch nicht so, ach, jetzt geht der, jetzt geht der zu dir. Auch ganz oft. Darf ich mich von dem Tätowieren lassen? Dann habe ich schon vor Kunden gehört. Und ich so, hä, warum mir nicht? Die denken immer, man ist dann so das Eigentum. Und entschuldigen sich dafür. Ja, es ist wie, wenn du irgendwie in so einem Friseursalon bist. Ja, ich bin heute mal bei Erika. Und Gertrude ist dann sauer, weil Gertrude besser die Locken dreht. Ja, ganz oft so. Und ich, also, die Tattoo-Szene ist einfach nicht meins. Ich habe da halt neun Jahre gearbeitet im normalen Tattoo-Szenen-Bereich. Und ich, ne, das ist nicht meins. Und ich habe, mittlerweile kenne ich ein paar Tätowierer. Das sind tatsächlich hauptsächlich Frauen, die sich auch alle sehr abgekapselt haben. Die auch ein eigenes Atelier für sich gemacht haben und sonst die Töne zu haben. Ja, weil ich glaube, so in dieser Männer-dominierten Szene ist es vielleicht auch gar nicht so einfach. Wenn du nicht so typisch Tätowierer bist, dann bist du eh außen vor. Ist halt leider so. Aber ich muss jetzt auch nicht mit dem ganzen Tätowiererkontakt haben. Ne, ich weiß nicht, muss man ja auch nicht. Ich meine, du hast hier dein Team. Ihr habt euch untereinander, sag ich mal. Ihr könnt euch gegenseitig inspirieren. Ne, und an Ideen auch arbeiten. Ich denke mal, das ist ganz schön. Ja, das ist einfach ein Geben-Unternehmen. Das ist einfach ein Flow, der einfach funktioniert. Und das macht mich sehr glücklich, dass man jetzt ein festes Team hat, was sich komplett irgendwie ausgleicht. Das ist halt krass. Und auch, wir sind ja alle auch sehr offen, wenn es um die Musik geht zum Beispiel. Manchmal läuft die Rammstein, dann läuft die Lady Gaga. Ich höre unglaublich gern Techno und Metal. Die Sarah hat unglaublich gern Hip-Hop. Und Lisa und Pete hören unglaublich gern IBM. Aber egal, was hier läuft, es ist halt okay. Ja. Auch ganz auf Strass gehabt im alten Laden. Ist das schon mal dieses Techno, von was du da hörst? Das ist halt immer ein bisschen schwierig. Und wenn man überhaupt schon als Tätowiererin, also nicht Neo-Traditional macht und Rockmusik hört, ist man eh nicht real. Oh Gott. Und das ist halt in jeder Szene des Klischees. Und das ist die extrem... Oh, ich will einfach noch mal in Ruhe. Ja, ich glaube, das ist bei manchen Cosplayern ja vielleicht auch so, dass die sagen, okay, ich will gar nicht in dieser Cosplay-Community irgendwie großartig aktiv sein. Sondern ich mache das hier für mich. Ich versuche mich so weiterzuentwickeln und wenn jemand meine Sachen mag, dann ist es super. Aber weil gerade halt diese Sachen mit Hate und... Habe ich persönlich noch nie erfahren. Aber kenne ich von einer Freundin auch. Ich kann es mir halt vorstellen, dass man sich dadurch auch dann abkapselt. Eine sehr gute Freundin von mir, die Sarah, war früher in der Lolita-Szene unterwegs. Und hat sich vieles auch selber geniht. Die sind eigentlich unglaublich gut begabt. Also hat sich das meiste auch selber beigebracht. Und war dann in ihrer... Ich weiß nicht, ich glaube, es war so die Teenie-Zeit. Man sagt ja immer Anfang 20 oder Ende 10. Ende 10. Also ich glaube sogar um 18, 19 rum. Da war so eine Lolita-Szene, war auf dem Düsseldorf. Und hatte da so ihre kleine Gruppe. Und dann gab es natürlich immer die, die krasser waren. Die teuersten Klamotten hatten, importiert aus Japan. Obwohl ein Kleid 400 Euro gekostet hat. Und dann war das so von wegen, ach, das Kleid hast du selber gemacht. Hallo, ich würde sagen, wie geil ist das denn? Hast dein Kleid selber gemacht? Mega! Ja, vor allem hat sie anscheinend Interesse gehabt, weil das ja gut aussah. Und sie sagt, das habe ich selber gemacht. Und dann so abwertend. Ja. Dafür das zu holen. Du Arme. Ja, wo ich mir halt denke dann, ey, es ist teurer, das Kleid einfach selber zu machen. Du musst den ganzen Stoff besorgen, die Zeit. Nein, aber es ist eine Szene und ihr mögt doch dasselbe. Und warum bist du jetzt so abwertend zu der Person? Ja, genau. Das verstehe ich halt nicht. Und das ist in jeder Szene ist das so, dass es immer Leute gibt, die dann abwertender sind. Das merke ich auch beim Zocken. Ich habe vor zwei oder drei Wochen das erste Mal Fortnite gespielt mit einer festen Gruppe. Ich habe das einmal schon mal so versucht, weil es halt neu, man probiert mal aus und dachte so, verstehe ich nicht. Und dann habe ich es jetzt mit drei Leuten gespielt, die das schon länger zocken. Und wir waren in einer festen Gruppe, das hat unglaublich Spaß gemacht, weil man spielt das halt mit Freunden. Und es ist halt auch einfach albern. Und dann habe ich das getweetet und habe dann geschrieben, ja, Fortnite macht doch Spaß, wenn man das in einer festen Gruppe spielt mit Freunden, dann ist das schon echt witzig. Und da schreibt einer drunter, ah ja. Und ich frage mich dann immer so, was möchte diese Person jetzt? Diese Person möchte mir jetzt ein schlechtes Gefühl geben, weil ich ein Spiel mag, was diese Person nicht mag. Wieso muss sie mir das sagen? Ne? Und dieses, ja, so war ich bis vor kurzem, aber auch, das ist mir aber auch erst eingefallen, als der Typ das geschrieben hat. Wenn jemand sagt, boah, ich zocke voll viel und so. Und ja, ich habe keine Ahnung, 20 Stunden die Woche und hier und da nicht so, was zockst in FIFA. Da habe ich immer so, da habe ich mich raus. Da sage ich immer so, okay, jedes Jahr kommt dasselbe Spiel nochmal raus. Hab ich dann aber auch gemerkt, als der Typ dann geschrieben hat, so, ah ja, da dachte ich so, boah, eigentlich hast du selber auch so ein bisschen abwertend gedacht, was ein bisschen doof war. Aber man merkt es manchmal nicht, aber ich habe es ja dann auch begriffen. Jedenfalls frage ich mich so, was möchte dieser Typ damit erreichen? Er möchte, dass ich mich schlecht fühle, dadurch, dass ich ein Spiel doch mag, was viel Hate abkriegt, was ich nicht so ganz verstehe. Er möchte einfach nur mir ein schlechtes Gefühl geben. Ja, aber ich verstehe einfach nicht, warum man das machen muss. Ja, das ist halt dann auch so, du bist nur ein echter Zocker, wenn du Call of Duty spielst. Oder, keine Ahnung, CSGO, ich meine, das spiele ich auch, aber ich bin halt, ich mag halt viel. Also, ich bin kein echter Zocker, ich spiele nämlich nur die Sims. Das spiele ich aber auch, genau. Das spiele ich auch und dann ist es so von wegen, wenn ich dann mal was schreibe über die Sims, naja, Gamer Girl. Ja, oh mein Gott. Du weißt gar nichts über mich und du weißt nicht, was ich sonst zocke. Ja, und warum wird das halt so soft geredet, sag ich mal? Oh, wenn man Sims spielt, das ist ja kein richtiges Zocken oder das ist kein richtiges Spiel. Und es wird ja gesagt, Frauen seit einigen Jahren spielen viel mehr Frauen und zocken viel mehr Frauen. Und dann sind das halt, dann sind das aber halt Games, wie zum Beispiel so Handy-Games und so, oder so. Ich finde ich, dass das, ich kenne schon, seitdem ich, seitdem ich ein Kind bin, zocke ich. Und ich hatte mega viele auch immer im Unkreis, wo ich das wusste oder auch online kennengelernt habe. Ja, und Zocken ist nicht nur Ballerspiele. Es ist halt schon immer so gewesen, aber das kriegt viel mehr Aufmerksamkeit in den letzten Jahren. Ein Spiel ist doch ein Spiel, oder? Also wenn ich jetzt ein Spiel auf dem Handy spiele, wenn ich Pokémon Go spiele. Tue ich auch. Ich zocke auch Pokémon Go. Zocke ich doch Pokémon Go. Kann ich das sagen? Also, keine Ahnung. Was mache ich denn denn sonst? Was will man sonst dazu sagen? Also, das wird so verniedlicht. Es wird halt irgendwie immer so verniedlicht, weil du bist halt eine Frau. Und, oh, du spielst ein einfaches Spiel. So, ja, und? Aber es ist ein Hobby. Ja. Und das Hobby ist Zocken. Und eigentlich sollte man auch sagen, boah, geil. Die hat so ein Hobby wie ich. Ja, ist doch geil. Es ist doch schön, dass du Spaß hast, ne? Aber man wettet das ab. Und wenn ich zum Beispiel auch sage, ich spiele Pokémon Go, dann Leute, wer bist du denn? Ja. Weißt du, wie viele Leute ich sehe, die an der Bushaltestelle stehen, die auch schon älter sind als ich. Ja, und die spielen da auch Pokémon Go. Und dann denke ich mir immer, geil, das ist doch mega, dass sie das spielen. Ja, aber das ist halt, also, die erste Konsole, die ich hatte, war die Mega, ne, die Sega Mega Drive 2, so. Und ich hatte mit sieben auch schon einen PC, Final Fantasy und so, ne? Geil. Und Warmoon. Ja, Warmoon. Ich habe es geliebt. Und was gab es noch alles? Und dann kam dann die PlayStation 1 mit Crash Bandicoot und Spyro und so. Und in der Schule wurde man halt vorher dafür gehänselt. Wenn du früher halt ein Nerd warst, warst du halt peinlich. Oder du warst, keine Ahnung, ein Troll oder hässlich oder was weiß ich was. Und ich hatte zu der Zeit jetzt auch nicht so mega viele Freunde. Aber ich war auch schon immer, mir gingen immer schon alle auf den Sack. Und wenn Leute was gemacht haben, was mir gerade was Trend war, wollte ich es erst recht nicht machen. Und alle waren feiern und saufen. Ja. Und ich war zu Hause vor dem Computer. Ja, ich. Und habe immer gedacht, was feiert ihr denn? Ihr habt nicht mal gute Noten in der Schule. Ja, extrem einfach. Ich bin, ich gehe unglaublich gerne feiern. Ich meine, nicht ohne Grund, denn ich mich Luna rave auch. Und ich gehe, glaube ich, gerne zu Metal feiern, aber noch lieber zu Techno. Und die Leute sind dann immer direkt so mega überfordert. Und wenn ich dann mit Leuten auch online zocke und mit, früher war es halt so, wenn du eine Frau warst und die haben die Stimme gehört, waren die direkt so, oh mein Gott, da ist eine Frau. Ja. Ja. Kann die das denn überhaupt? Ich habe vorher auch ganz viel Counter-Strike 1.6 gespielt und habe mir dann immer Männernamen gegeben, weil ich da wirklich gut drin war. Wie bei Ready Player One, ne? Ja, genau. Das ist mein absoluter Lieblingsfilm. Der ist echt gut. Und Scott Pilgrim auch. Aber ich habe mir dann immer Männernamen gegeben, weil sobald es hieß, ich habe auch dann kein Mikro gehabt, aber wenn du dann gewonnen hast oder jemanden umgebracht hast und du wusstest, du warst eine Frau, warst immer ein Cheater. Und dann wurde es halt beleidigt. Du siehst bestimmt so aus und so aus. Oder, ne, irgendwie. Ja, hübsche Frauen können ja keine Zockerinnen sein. Das geht ja gar nicht. Und jetzt ist es andersrum, genau. Früher wurde man dafür gehänselt, dass man gezockt hat und dann haben die immer gedacht, du siehst aus wie, keine Ahnung, ein Ork, der das Horn bläst im Gondor. Und jetzt ist das halt so, wenn man halt jetzt nicht aussehe wie ein Ork, dann ist das so, okay, du machst das nur für den Fame. Oder, oh süß, du spielst bestimmt Pokémon Go. Und ich so, ja, das tue ich auch. Ich bin sehr vielseitig. Oder, du lässt dir bestimmt nur das und das Motiv tätowieren, weil du magst, die Männer mögen das. Und ich hasse es dann ganzes Leben lang schon. Also hier, du hast ein Witcher-Tattoo, du kennst das bestimmt gar nicht, hast das noch nie gespielt. Ich war damals mit einer Freundin auf der German Comic Con vor vier Jahren oder fünf Jahren. Ne, vier Jahren war das, glaube ich. Und ich war jetzt Siri unterwegs und da sagt der Freund von meiner, also es ist nicht mehr zu sagen, aber da sagt der Freund von meiner damaligen Freundin, hast du das überhaupt durchgespielt? Und meine Freundin so, das hast du sie jetzt nicht gefragt, oder? Weil ich hatte das schon dreimal durch mit DLCs. Und ich konnte Leute so totreden damit, es gibt ja dieses Leben mit dem Typ an der Pinnwand. Und so bin ich halt, dann sagen die das und das und so, so war das nicht. Ich war eigentlich kein Klugscheißer. Aber wenn jemand sich so mega cool fühlt und meint so, er müsste mir irgendwas erzählen oder ist das nicht richtig, dann lasse ich den raussehen. So ein Mansplaining, ne? Ja, Backseat-Gamer, ja genau. Ja, ich habe hier, da und da und dann denkst du dir so, okay, der hat das bestimmt Robert Gronke gesehen. Und ja, und dann habe ich das und das gemacht, die und die Quests, die gibt es nicht. Und eigentlich bin ich nicht so, aber wenn jemand so richtig am Klugscheißen ist, denk ich mir so, okay. Ich meine, es ist halt besser. Ärmel hoch. Ja. Und jetzt können wir nochmal darüber reden. Und ich bin halt bei manchen Sachen richtig nerdig, würde ich behaupten, und richtig schlimm. Und wenn jemand meint, er wäre halt richtig cool, weil er hat das ja gespielt. Ja. Und will damit angeben, okay, come with me, bro. Ja, aber das ist richtig, ich kann sowas halt auch nicht auf mir sitzen lassen, ne? Weil ich halt, weil ich halt dann so denke, nein, das muss jetzt kurz klargestellt werden, weil es ist nicht richtig. Das ist bei mir so ein innerer Gerechtigkeitsdrang auch, dass einfach nur... Ja, aber nur bei Leuten, die man doof findet eigentlich, weil die so angeben wollen, denkst du ja so, Alter, nein. Also bei Leuten, die ich mag und die irgendwelche, ich sag mal jetzt nicht ganz korrekten Dinge von sich geben, sage ich, Moment, Moment, das war aber so und so, versuche ich das nett zu erklären. Weil ich mir dann denke so, du willst eigentlich nicht so klug scheißen, aber eigentlich möchtest du es halt trotzdem gerne richtig stellen. Ich habe mit zwei Typen schon mal eine Diskussion gehabt, das waren beides auch tatsächlich die gleiche Typ vom Mensch, die sehr viel reden und nichts sagen und immer mit ihrem Halbwissen angeben. Und einmal ging es um den Film Avatar und er meinte irgendwie so, ja, der und der war der Regisseur und der hat das und das erzählt, ich sitze da, das war James Cameron. Und ich denke, und dann sagt er so ein bisschen sicher, ich so, ja. Und eigentlich bin ich nicht so. Und der andere wollte mir halt erzählen von einer Quest auf eine Skellige-Insel, My Witcher, und sagt irgendwie, ja, dann ist der Typ und dann musste man das und das machen, das stimmt nicht. Doch, hier und da, nee, weil da musstest du mich dahin reißen und dann ist das und das passiert. Und wirklich, eigentlich bin ich nicht so, aber dieser Typ, ich habe gedacht so, was willst du mir hier erzählen? Du versuchst gerade mit einem Thema anzugehen, wo ich so tief drin bin, so tief wirst du nie kommen. Ja, da halten wir Leute auch über Overwatch reden, ne? Ich meine, es ist ja okay, wenn die Leute das dann so einsehen, aber wenn die dann weiterhin auf ihrem Standpunkt so beharren, dann ist das irgendwie anstrengend. Das kommt auf welcher Grundlage das ist, wenn man das nur erzählt, um vor einer Gruppe von Leuten anzugeben, dass man das mal gespielt hat und möchte eine vor Frauen angeben. Und ich sitze da und denke so, alter, nein. Und dann, wenn man noch zweimal erklärt, dass es nicht so war, weil die Quest war nämlich auf der und der Insel und die hören einfach nicht auf. Und dann werde ich den zerstören. Nein, das bin ich nicht, aber das kann ich da nicht auf mir sitzen lassen. Und ich bin wirklich sehr offen, also wenn jemand zum Beispiel sagt, er findet, die haben nur zwei scheiße oder Overwatch oder Witcher, weil ist zu kompliziert, ist zu alt, die Grafik oder ist mir zu bunt, dann kann ich damit leben. Den mag ich es einfach nicht. Ich habe es auch, jetzt letzte Woche Donnerstag habe ich gestreamt, lol. Ich habe es nochmal versucht, weil ich denke, vielleicht muss man erst reinkommen. Aber ich glaube, MOBA-Games sind einfach nichts für mich. Und ich habe es trotzdem nochmal versucht und ich merke, ich liebe die Charakter-Designs. Und so den Spielfluss, so die Dynamik im Spiel selber. Und dass man halt auch natürlich das mit Leuten zocken kann, die man kennt und mag. Aber ich bin dafür zu ungeduldig. Aber trotzdem würde ich jetzt nicht bei Leuten, die zum Beispiel LOL-Cosplay machen oder LOL als Hauptgame haben zum Streamen, würde ich nicht unterschreiben, LOL ist scheiße. Nur weil das mein Geschmack ist. Und ich würde das auch sowieso nie, wenn jemand sagt, wie findest du LOL, würde ich sagen, ja, ist nicht so meins, ist mir irgendwie, ich bin zu ungeduldig für sowas. Und es ist mir ein bisschen zu langwierig, würde ich nicht sagen, das Spiel ist scheiße. Ja, ich meine, du hast ja eine Begründung, warum es dir einfach keinen Spaß macht oder nicht gefällt oder so. Und eigentlich würde, ich wünschte, es würde mir gefallen, weil die Charakter so geil sind. Und ich würde davon auch gerne Sachen cosplayen. Aber ich würde zum Beispiel auch nie was cosplayen, was ich noch nie gesehen habe oder gespielt habe. Also bei LOL gibt es unglaublich geile Skins, auf jeden Fall. Weil ich glaube, ich würde trotzdem, mittlerweile bin ich so locker und nicht mehr so krass perfektionistisch, dass ich sage, ich würde es trotzdem machen, auch wenn es nicht wirklich ein Spiel ist, was ich spiele. Aber die Charakter sind unglaublich gut. Ja, das müssen wir dann wieder so abwägen mit dem inneren Perfektionismus. Kann ich das machen? Ich habe damit halt jetzt vielleicht fünf Stunden verbracht. Ich weiß grob, wie das funktioniert. Ich weiß, worauf man aus ist und wie die Dynamik ist. Also ich habe halt Grundlagenwissen. So, klar bin ich da nicht mega drin. Es gibt Leute, die, ich kenne alle Charakter auswendig mit den Skins und die Attacken. Und alle Namen ist, glaube ich, über 130. Okay. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall sehr viele. Und ich kenne alle Namen auswendig. Soweit bin ich nicht. Nicht ansatzweise. Also, aber auch vor dreien hätte ich noch gesagt, das kostete ich nicht. Das Spiel mag ich nämlich nicht. Also für mich selber hätte ich jetzt nicht so ausgesprochen. Aber ich hätte gesagt, nee, das mache ich nicht. Und mittlerweile denke ich mir so, boah, warum eigentlich sich immer selber so einsperren? Warum sich selber immer auch so, warum so Sachen so klein reden, ne? Also ich bin da einfach irgendwie lockerer geworden. Echt, seitdem ich diesen Morph-Suit gekauft habe, dass ich gesagt habe, weißt du was, ich kaufe das jetzt einfach. Hat 100 Euro gekostet. Ist halt ein Hobby. Hobby kostet Geld. Ist halt so, ne? Und ich habe mich da so wohl gefühlt, dass ich dachte, ich finde es nicht schlimm. Aber es gibt natürlich auch Cosplayer, die sagen, ich habe das selbst gemacht. Haben sie aber nicht. Ja gut, das ist natürlich blöd, ne? Auf die Gamescom, letztes hatte ich es halt an. Und dann so, boah, dein Kostüm ist so toll. Habe ich immer direkt gesagt, ich habe das gekauft. Weil, das muss ich dann immer direkt dazu sagen. Weil, das ist so, ich mag das nicht, wenn ich dann Lob für etwas, also ich bin eh schon ehrlich mit Komplimenten. Und wenn ich dann Lob für etwas kriege, was ich nicht mal gemacht habe, muss ich das immer direkt sagen. Dann bin ich dann schon sehr pingelig. Sag ich mir, danke, aber ich habe das nicht selber gemacht. Aber es geht ja auch darum, so ein bisschen den Character zu verkörpern. Und ich bin dann meistens auch sehr stark in der Rolle. Hast du schon Pläne für dieses Jahr, was du gerne als Cosplay vorbereiten möchtest? Oder planst du hier? Ich habe eine Liste, genauso wie ich eine Tattoo-Liste habe mit Motiven. Manche stehen schon fünf Jahre drauf. Aber ich werde mir einfach nicht eigentlich mit Stelle oder mit Stil oder mit Tätowierer. Dasselbe ist halt mit Cosplays. Aber ich würde unglaublich gerne Asuka-Cosplayen. Und Neon Genesis halt. Würde ich aber auch nicht selber machen. Das müsste ich mal kaufen. Und es gibt von ihr so eine geile Variation in so einem Latex-Outfit. Oh, geil. Na, das sieht halt schon gut. Das schaut ziemlich haut aus, muss ich sagen. Ja, aber danach musst du ein Handtuch dabei haben, wenn du es ausziehst. Aber das ist vom Lever-Outfit. Das ist nicht einfach wie ein Morph-Suit, der bestickt ist. Sondern das sind wirklich Einzelteile mit Lever-Applikation. Da schwitzt man auch schön. Und der Kragen ist halt wirklich mit Draht. Und ja, das ist schon auch sehr warm. Und dann hast du noch eine Perücke auf. Und das Headset auf der Perücke. Puh. Das ist schon, also die Gamescom war schon sehr krass. Aber irgendwie, ich bin dann auch nicht so, dass ich sage, ich nehme jetzt die Perücke ab und mir ist so warm. Ich bin in der Rolle, bis man mich nicht mehr sieht. Da bin ich immer noch sehr klingelig. Das wird sich auch gar nicht ändern. Aber ansonsten würde ich eigentlich unglaublich gerne noch Mora Cosplayen. Ah, okay. Von Overwatch. Cool. Banshee Skin. Ja, eigentlich ist sie ja rota. Sieht so ein bisschen aus wie so eine russische Wissenschaftlerin. Aber ich liebe diesen Skin. Und als ich mir letztes Jahr, ich spiele ja Overwatch auch erst über ein Jahr. Ich habe das jetzt nicht zur Beta direkt angefangen, sondern kam erst sehr spät dazu. Ich habe mir den letzten Jahr gekauft und habe so lange drauf gewartet und habe Credits gespart, dass ich, also das klingt zwar echt albern, aber ich hatte echt Pipi den Augen, als ich den gekriegt habe. Weil er so perfekt ist. Und ich wiege halt auch immer so ein bisschen ab. Okay, wie viel Arbeit ist das dann? Kann ich das schaffen? Muss ich viele Tattoos abschminken? Schminke ich überhaupt die Tattoos dafür ab? Also ich würde unglaublich gerne noch Film von Jeanne d'Arc machen. Oh, wunderbar. Das ist mein aller, aller, aller Lieblings-Anime-Manga. Meiner ist hellsehend. Gut, also fleißige Hörer wissen ja, dass ich da auch nicht so versiert bin in dem Bereich. Aber Kamikaze Kaito Jen ist mein Favorit. Meiner ist hellsehend. Deswegen würde ich unglaublich gerne auch noch Seras Victoria machen. Ich bin auch, also Mora wollte ich eigentlich erst gar nicht cosplayen, weil sie ist halt sehr androgyn. Und das bin ich nicht. Ich sehe mir eigentlich aus wie ein kleines Kind. Deswegen passt Diva ja so gut zu mir. Aber ich will nicht nur Charakter cosplayen, wo ich denke, die passen zu mir. Ja, das ist auch so eine Frage. Was soll man halt cosplayen? Eher was, was schon so von Natur aus so zu einem passt? Oder einfach wirklich den Charakter, den man machen will? Auch wenn der vielleicht, weiß ich nicht, 30 Zentimeter größer ist eigentlich. Oder halt andere Proportionen. Ja, die ist sehr groß und wirklich sehr androgyn. Und Diva ist halt eine Streamerin, die gerne Ballerspiele spielt. Und gerade mal 19 ist, glaube ich. Und ja, Asiatin. Also klar kann man sich das nur ein bisschen so schminken. Aber ich habe halt auch immer so ein bisschen, also ich sehe halt jünger aus, als ich bin. Und viele sagen, ich habe noch manchmal Mondgesicht und Babyface. Je nachdem, natürlich wie viel man pro Zoon abnimmt. Und das ist ja bei Frauen mal öfters so, dass man mal ein, zwei Kilo Zoon abnimmt. Und ja, dann gucke ich halt immer so ein bisschen. Aber ich liebe den Charakter so sehr. Und das ist halt auch mein Main bei Overwatch. Ich zerstöre damit alles. Und auch viel Hate. Weil das ist eigentlich eine Unterstützerin. Und ich mache halt beides sehr stark ausgeglichen. Aber ich bin nicht nur dort zum Heilen da. Wenn man was mal will, muss man zu mir kommen. So ist das halt einfach. Und ich würde das trotzdem gerne machen. Vielleicht auch zu Halloween. Finde ich auch cool. Ansonsten hätte ich noch so ein paar Sachen. Ich würde, glaube ich, gerne mal ein Sailor Moon Cosplay machen. Aber nicht die typische Sailor Kriegerin. Es gibt so unglaublich tolle Samurai Outfits. Okay. Von Sailor Moon. Oder auch, ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt Sailor Moon finde ich halt cool. Aber Saturn finde ich auch cool. Pluto finde ich auch toll. So halt davon so ein Mischmasch machen finde ich halt auch mega. Früher wollte ich immer sehr nah am Charakter sein. Und mein Sierra Outfit war auch richtig. Und Flieger bin ich auch sehr stolz. War das mein erstes war. Und ich habe angefangen mit der Hand zu nähen. Und dann habe ich dann ein paar Wochen später eine Nähmaschine bekommen. Zu Weihnachten. Und dann habe ich gesagt, so jetzt geht's ab. Und mittlerweile, weiß nicht, bin ich da wirklich lockerer geworden. Ich war auch sehr vernarrt irgendwie, dass ich dachte, boah, vielleicht könnte man damit ja auch einfach mal krasser werden. Jetzt, dass man vielleicht auch sagt, man wird vielleicht für irgendwas gebucht. Mittlerweile, es gibt so viele tolle Cosplayer. Ich weiß, dass ich nicht die Beste bin. Aber meinen Anspruchen war bei vielen Sachen gerecht. Ich würde unglaublich gerne was von Cyberpunk Cosplay. Ich habe letztes Jahr, habe ich so einen Siri-Cyberpunk-Mischmasch gemacht für die Gamescom. Und habe mir die Jacke genäht. Und war damit auch da. Aber da kommt mein Perfektionismus durch. Die Jacke ist nicht 100 Prozent. Sie ist 90 Prozent. Okay. Alle so. Anderen fällt das bestimmt nicht auf. Anderen fällt das nicht auf. Und ich denke mir so. Aber ja, so was halt. Charakter in anderen Welten finde ich mittlerweile mega cool. Weil man da auch sehr offen sein kann. Und nicht so festgelegt. Und dadurch fällt auch so ein bisschen der Perfektionismus dann weg. Weil es gibt den ja vielleicht nur als Fanart. Und dazu gibt es nicht jeden Millimeter irgendwie in irgendeinem Artbook, wo du das nachmachen kannst. Ich würde auch unglaublich gerne von Overwatch noch die Widowmaker machen. Aber die hat natürlich einen Budi. Das ist natürlich richtig heftig. Also ich meine, das ist ja unmöglich. Der Arsch ist nicht so weit unten. Das funktioniert nicht. Das ist anatomisch überhaupt nicht korrekt. Aber da ist natürlich, da kommt wieder dann mal ein Perfektionismus durch. Die hat halt keine Tattoos. Also zumindest nicht die, die ich habe. Würde man viel sehen. Die hat auch eigentlich einen Morph-Suit an. Aber das hier ist alles schon so weit frei der Oberkörper. Und die ist halt lila blau. Ja. Ja, mir fällt ja immer das ein, was Lightning-Cosplay gemacht hat. Die hat das sehr schön gemacht. Genau, die hat das auch gemacht. Ja, die ist da zum Beispiel, die Laura und auch die Jasmin. Wie heißt sie nochmal bei Instagram? Fairy. Fairy Blossom. Ja, genau. Die beiden decken ja auch nie die Tattooierung ab. Aber ich finde das bei denen überhaupt nicht schlimm. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne in die Podcasts mit diesen beiden reinhören. Die haben wir nämlich schon. Ach so. Finde ich, die machen, also on fleek, perfekt, einfach mega gut. Ja. Dass ich jetzt mal denke, boah, richtig heftig. Und die haben halt trotzdem ihre Tattoos. Und ich finde das nicht schlimm. Aber bei mir selber, nee. Also je nachdem, was mein Charakter, aber meistens, nee. Ansonsten habe ich, also ich habe auch noch ein paar andere Sachen auf der Liste irgendwie, was ich gerne mal cosplayen würde. Aber dann weiß ich vielleicht nicht, welche Version. Oder ich freue mich auch unglaublich gerne mal Luna Lovegood. Weil das ja mein Favorite Charakter ist. Wollte ich die gerne mal cosplayen. Aber mittlerweile ist mir das irgendwie zu öde. Weil das ist halt, ja weiß ich nicht, man hat halt so Alltagsklamotten an, ne? Ich finde das halt cool, irgendwas wirklich mit Maschinenteilen zu machen. Oder dass man auch wirklich ein bisschen was bauen muss. Ja, so rüstungsmäßig. Ein Traum, den ich schon seit Jahren habe. Aber wo ich jedes Mal dann, ich glaube mir auch ein bisschen selber im Weg stehe, weil ich habe doch sehr viel Respekt vor, ist, ich würde gerne mir eine eigene Rüstung bauen. Ich würde gerne von Diablo 3 mir die Necromancer Rüstung bauen. Aber, ähm, ich esse mir, wenn ich mir Bilder angucke, denke ich mir da so, ha! Das ist so viel Aufwand, ne? Ja, ich habe ja auch mal angefangen, so mit E-Parfum und so, das mal auszuprobieren. Ja, äh, es dauert einfach und bis man so ein bisschen raus hat, ne? Wie das so funktioniert. Genau, das ist das Problem. Ähm, eigentlich ist es gar nicht so schwer, aber... Man braucht halt viel Übung und ich habe auch schon... Ja, und Geduld und die hatte ich irgendwann nicht mehr. Und Geld. Ja. Aber ich habe halt das Problem, also ich habe damit auch schon Hörner gemacht, ich habe damit auch schon einzelne Rüstungsteile gemacht, ich habe damit schon gearbeitet. Ja, aber wenn man so kleine Sachen immer macht, dann hat man schnell so ein kleines Erfolgserlebnis. Genau, aber... Und bei so einer Rüstung, ja, das sind so viele Teile. Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich damit anfange, dass vielleicht, weil ich ja dann immer mehr übe und übe und übe, dass mir die am Anfang nicht mehr gefallen, weil die am Ende natürlich wahrscheinlich besser sind, weil ich dann ein bisschen versierterer bin. Ja, dann fängst du wieder von vorne an und dann... Und die müsste schon sehr perfekt sein. Ich meine, bei Diablo 3 kann man ja auch sehr viel variieren mit den Rüstungsteilen. Und gerade wenn man natürlich dann eine Frau cosplayt, dann hat man ja eh kaum Rüstung an. Ja. Die sind einfach unzerstörbar, die brauchen keine Rüstung, die Frauen. Haut aus Stahl, sag ich dann nur. Ja, die brauchen halt nicht so viel, weil die nicht so zimperlich sind wie die Männer. Da muss man jetzt nicht so viel machen, aber irgendwie, man muss halt auch einfach mal anfangen. Und jetzt für die, wir haben auch die eigene Partierange, die Let Your Geek Out. Dann machen wir auch gerne jedes Mal was Eigenes. Und jetzt haben wir Sailor Krieger gemacht bei der letzten. Und ich habe halt, also wir haben halt quasi gesagt, wir machen keine bestimmte, also dass einer Sailor Mars ist und einer Sailor Jupiter, sondern du kannst dir die Farbe aussuchen und kannst das so darstellen, wie du möchtest. Wenn du jetzt ein... Wenn du jetzt in dem Universum wärst, wäre das halt so deine Rüstung. Genau, wenn du jetzt eine eigene Sailor Kriegerin sein könntest, das hat unglaublich Spaß gemacht. Und dann sollten wir uns auch Namen geben. Das haben die meisten jetzt nicht gemacht, aber ich stehe halt, ich bin halt voll holosexual, sag ich immer. Ich stehe voll auf alles, was holographisch ist. Das ist richtig schlimm, ich muss immer aufpassen, dass ich mir etwas für eine Verpackung kaufe. Und ich hatte dann einen holographischen Rock an und dieses Matrosen-Ding habe ich mir holographisch genäht und die Schleife und die Broschen. Und die Sarah macht auch dieses mit Resin, diese Broschen, Anschlusswerlinge und sowas. Und hat dann auch so Broschen für uns alle gemacht in passend Farben. Und ich habe mich halt Sailor Holo-Ho genannt. Geil Holo-Ho. Voll, mega. Hat natürlich einen Minirock an und ich fand, es hat so einen geilen Sprachvorschen gemacht. Und da haben wir halt unser eigenes Sailor Krieger-Design. Und das hat auch mega Spaß gemacht. Klar, ich hätte mir noch einfach sicher Sailor Moon Outfits kaufen können. Aber irgendwie tobe ich mich da auch einfach da gerne aus. Wo du das jetzt ein bisschen Sailor Moon und so weiter erzählt hast, habe ich ja echt Glück, dass ich dir das passende Mitbringsel mitgebracht habe. So als kleines Dankeschön, dass wir heute hier den Podcast gemacht haben, habe ich ein kleines Sailor Moon Kartenspiel für dich. Oh, toll. Damit fing alles an. Ja, genau. Ich kann nicht fassen, dass ich diese ganzen Comics von früher noch habe. Es ist ja sogar noch eingepackt. Ja. Wow. Ich habe die, es gab ja früher, boah, die sind toll. Es gab ja früher, die Kombis konnte man ganz normal am Kiosk kaufen. Und da hat man halt 2,90 Mark bezahlt. Ja, Mark, genau. So alt bin ich. Oder sind wir. Und man konnte auch Sailor Moon Artbooks für 4,90 Mark kaufen. Ein Artbook. Ja, heute zahlst du mehr als 10 Euro mindestens. Ja, mindestens. 20 würde ich eher sagen. Würde ich auch sagen, Minimum. Und ich habe die halt alle hier noch. Ja. Ach, sehr schön. Und die ganzen Schmuck. Ja, die Comics waren. Oh, toll einfach. Ja, mit Sailor Moon fing alles an. Und dann, ich komme aus Hattingen. Und wir hatten da eine, so was wie Karstadt. Das hieß vor bei Maya. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Und da gab es einen, so einen Drehstamm, wo Mangas drin war. Und einen kleinen Drehstamm mit Comics. Und es gab aber nur DC Comics. Ich war früher auch unglaublich Batman, Catwoman Fan. Mittlerweile halt eher Marvel. Weil mir Batman zu Emo ist. Zu, alle meine Lieben sterben. Aber eigentlich will ich die, die das gemacht haben, auch nicht umbringen. Die brechen einfach irgendwie wieder aus und töten wieder meine Familie. Oder irgendwelche Freunde. Da fand ich dann Iron Man. Als ich Iron Man gesehen habe, dachte ich so. So, und nachdem wir dann noch eine Weile über Iron Man und Jantinas Liebe zu diesem Charakter gesprochen haben, ist irgendwas mit der Technik schiefgelaufen. Das habe ich leider erst jetzt beim Schneiden der Folge gemerkt. Aber die Folge war zum Glück eh schon zu Ende. Also fast. Und mit einer Stunde auch schon sehr lang. Mir hat das Gespräch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und auf diesem Weg nochmal einen Gruß in die Winkelgasse. Und noch ein kleiner Hinweis. Schaut bei Jantina und ihren Kollegen vorbei. Als Selbstständige freuen diese sich gerade jetzt in dieser Corona-Zeit über eure Unterstützung. Zum Beispiel bei der Sarah kann man tolle selbstgemachte Accessoires erwerben. Die sind wirklich super niedlich. Und wir von Nerdizismus freuen uns natürlich auch über eure Unterstützung und euer Feedback. Schreibt uns doch gerne mal, wie euch diese Folge gefallen hat. Lasst mal was von euch hören. Und dann auf bald. Tschüssi. Musik 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 Eine Produktion des Podcast Imperiums Musik 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 Musik